Dann habe ich so einen ganz leckeren Reste, Auflauf, Käse und abends die Soße und leckeres Art. Perfekt. Dann stelle ich gleich die Google Bäcker und um mich das hier weg. Jetzt können wir den Kühlschrank. Zack zack. Und hier Pizza für morgen. Nachmittag gibt es Pizza mit Levi. Und ja, das war's. Daumen nach oben da lassen. Ich habe ein gelbes Puppe in 6. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich gucke mir noch einen schönen Film. Esst gleich schön in einer halben Stunde. Und dann freue ich mich mal auf morgen. Auf Levi um 10 Uhr. Ja, was soll ich sagen. Backofen habe ich gerade probiert. Mein Auflauf. Holzbrett habe ich da schon vorbereitet. Mit mir ein paar Flappen. Ja. 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 Ja.